Yo, das ist meine Einsatzzentrale, so bis jetzt. Das ist noch keine vollständige Roomtour, weil ich sehe es einfach nicht ein, dass ich euch alle meine Räume zeige und alles zeige, was ich hier so gewasselt habe. Guck mal, die LED-Lichtleiste, die habe ich vielleicht mit Aufmaß gemacht, nur mal so nebenbei. Das habe ich mit Aufmaß gemacht, ohne einmal nachzumessen. Heftig, Alter, und leuchtet schon gar ein Raum aus. Ja, und hier, das war das Kabel, was ich heute noch verlegt habe, weil das hat so auf den Fußboden runtergehauen und da habe ich gedacht, nee, Alter, jedes Mal beim Starter musst du dieses blöde Kabel wegräumen. Nee, gefällt mir nicht. Und da habe ich es jetzt, wie man es von mir kennt, als Kabelschlaufe gemacht und die dann auch quasi bei meiner selbst bei dem Rückwand festgemacht. Genau. Ja. Kabelläge rein, also wie gesagt, hier Kabelkanal, hier unten im Teppich ein bisschen Kabel, hier hoch und da hinten. So, mehr Kabel habe ich gar nicht. Und da hinten ist noch das Kabel von der Kamera dran. Ja. 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 Genau. Ja. Ja. Vielen Dank.